Und Ja, weiß ich Ja, ich war noch nicht bereit Oh, scheiße Wurden gar nichts Keiner Alter, Alter Alter Genug mibes ab, wusste ich Wusste ich Alter, wusste ich, Alter Ich war 30, Alter Erst Ich bin nicht Ich bin viertletzter Ich bin nur bis letzter Bist immer noch letzter Ich bin vorletzter Alter, amt erst Sehr Also meine Holliday Oh, nice So'n Scheiß Hä? Was heißt das? Entschuldigung Weißt du Weißt du was Hast ich grad gedacht? Schau Guck mal, wir hat dich Alter Nein Ich siehste, freu's scherz Jetzt kommt es eh nicht mehr weiter Headshot Schau Ich habe hier auch keine Achse Ich sehe das Wie ich am besten lernen könnte Wenn wir ein Spiel spielen Dann ich darf erst nächstes Spiel spielen Wenn ich eine Lösung von der Frage nicht sagen kann, dann darf er ja nicht mehr mit spielen. Er guckt z.B. und fragt mich jetzt irgendwas ab, hier 24 plus 5 oder irgendein Schnulli oder mit Englisch. Egal wer steht, verbraucht ich irgendeine sinnlose Frage, die für mich sinnlos ist, aber eigentlich sind voll gut. Und in jeden Fall fragt mich dann, wenn ich es richtig löse, dann darf ich einmal eine Runde zocken. Und wenn ich falsch sage, dann darf der ihn schon nochmal fragen. Und da jemand hat sich geflogen. Aber das soll ich mit dem Weg. Auch nicht! Vor der Letzten Abschuss. Vor der Letzte Abschuss. Ich habe gerade mal 120 und 90. Stütters.